Servus, hallo und willkommen zurück zu Kaizo Mario World 2 Part 3 Im letzten Part sind wir in diesem Level stehen geblieben Und zwar an einem Seil Und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, wie wir hören Und springen auch gleich in den Tod Ähm, ich muss da wahrscheinlich mit Anlauf ran Genau, so Ich hoffe, dass die Zeit uns trotzdem noch reicht Wäre schade, wenn nicht Ach du Scheiße, ach du Okay, alles klar Da muss ich hochklettern Äh, hochklettern Ja What the fuck, what the Und dann da wieder runter, oder was Ja, so ungefähr Okay, da war ich jetzt ein bisschen vorschnell Ja, was muss ich denn da machen Und dann mal ganz runter Ja, so weit runter auch wieder nicht Oder muss ich da oben drüber springen Ne, das hätte jetzt gepasst Und dann wieder hoch Genau, hier runter, hier wieder hoch Sag mal, ey, das gibt's doch nicht So, ja, fast, fast Na, bin ich ein bisschen zu früh dran Ungefähr jetzt So Hier nach oben Was, 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 was geht hier ab Ich hab keinen Plan, was ich tun muss Oh mein Gott Ja, hier irgendwie speichern Ja, und, und dann Aha Okay Runter Da hoch Dann hier wieder runter Oh mein Gott Dazwischendrin zu speichern Ist einfach nur so übelst abgefuckt Hilfe Okay Okay, ich hab's Ich hab's Ich hab's Äh, fast So Hier muss ich dann wieder ein bisschen nach oben Boah, da schielt man doch Wenn man da nach oben guckt Boah So, okay Okay So Ah, und dann Dann da wieder runter Alles klar So, ungefähr Dann da wieder hoch Das hab ich noch sehen können Davon geh ich jetzt einfach mal aus Ja, okay Ah Hier zwischendurch Das mit dem Hopster ist auch gar nicht so einfach Kann ich da nicht einfach unten bleiben Doch, kann ich Aber muss ich hier hochklettern Und da drüber springen So, und jetzt War's das? Denk dran Wir haben nicht mehr so viel Zeit So Bam Okay, das war jetzt total blöd Das war auch blöd Das war noch blöder Sag mal Ich würd da ganz gerne drüber So ungefähr Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Kettensägen Action wieder Ich würd da einfach ganz gern drüber Okay Und fassies Ja, sag mal Den krieg ich doch gar nicht Der bewegt sich doch wie blöd Okay Nein Gar nichts ist okay Wisst ihr, der Zeitdruck Der so im Nacken hängt Ist so ein bisschen störend Find ich Okay So, jetzt hab ich hier mal gespeichert Das war jetzt glaube ich Keine gute Idee Doch, das ist okay Das ist okay Das ist okay Das ist alles okay Ja Nein Ich weiß gar nicht Wo ich da speichern soll So Ich check gar nicht Was ich da machen muss Mein Kopf kommt gerade nicht hinterher Okay Alles klar Ja, verstanden Ich muss da irgendwie gleich hochklettern Und da am besten nicht in den Manscher springen Das wär total knorke Ja Oh Gott Meine Nachbarn denken bestimmt Ich treib hier irgendwie Seltsame Spiele Gut Mit seltsamen Spielen Liegen sie ja gar nicht so verkehrt Oh Gott Oh Gott Ja Oh mein Gott Das war so knapp Das war so Fucking Knapp Was geht hier Ja Ich hätt's doch fast geschafft Komm So Jetzt abspringen Ja Nein Ja Okay So Bleibt bloß wo ihr seid Und klatscht bloß kein Applaus Ihr verrückten Charlies Okay Es geht durchs Wasser Speichern auf 1 und auf der 0 Wir könnten auch mal auf der 2 speichern Auf der 3 speichern Einfach so Ne Weil wir es können Wir sind hier im 4. Level Das wohl Ich wollte es gerade sagen Ein Unterwasser Level ist Das ist schön Das ist schön Das gefällt mir Wie soll ich denn den da oben austricksen Wie habt ihr euch das Kann ich da eigentlich Geht das Es müsste klappen Dass ich an den Chains vorbeikomme Ja Das funktioniert Die sind hier nicht tödlich Okay Wie stelle ich das an The fuck Okay Ich provoziere ihn Aber dann komme ich ja nicht an ihm vorbei Einmal provozieren Dann wieder hoch So ungefähr Welches Timing brauche ich denn da Okay jetzt nochmal in Zeitlupe Moment So Es muss ein bisschen Später kommen Also ich glaube Ungefähr Moment 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 Jetzt Gerade wenn das Ding wieder Ah Ist Noch später Noch später Richtig Gerade dass ich kurz noch so weg Schweben kann Genau so ungefähr Ja Das wäre es fast gewesen Nein Nicht ganz Jetzt vielleicht Aber auch ein bisschen zu früh Immer noch zu früh Ja Jetzt probiere ich es mal Okay Noch knapper Geht nicht Komm ich da so an dem vorbei Ne Komm ich glaube ich nicht Ich sollte ihn vielleicht auch mal reizen Das wäre total geil Ah Ich hätte noch nach oben drücken können Damit ich schneller schwimme Wäre natürlich auch geil Gehen Nein 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 Okay Okay Jetzt nach oben drücken Nach oben drücken Nach oben drücken Ah Das wäre es doch fast gewesen Das wäre es doch fast gewesen Ja Oh mein Gott So Gut Wir haben jetzt Zahnstocher Die uns aufpiksen wollen Komm Hier dasselbe Spiel Denke ich einfach nur nach oben drücken Dass wir schneller schwimmen Was geht hier Dasselbe Spiel Was ist das denn Mach dass es aufhört Muss ich da unten drunter Oh ja Sieht ganz danach aus Wobei Ducken Auch nicht Gut Dann mal ganz knapp Den hier Ja ohne zu stehen Nein Nein Ungefähr hier So Jetzt mal ducken Ah Ich weiß gar nicht Ob das so überhaupt klappt Ne Wenn er uns auch nur Ansatzweise berührt Dann war es das für uns Mit seinen Komischen Zähnen Oder was Ne Das klappt so auch nicht Kann ich oben drüber Oben drüber kann ich auch nicht Oh das ist ja strange Ah aber vielleicht können wir Unten drunter laufen Ja das klappt Das ist okay Timing ist alles Oh nicht wieder so einer Wie komme ich denn da Wie soll ich denn da unten drunter Bitte Stellt ihr euch wieder so einfach vor Ja Okay jetzt Ich schaff den Absprung nicht Okay Okay Nichts ist okay Ah Boah Sag mal Und da hat man auch noch so ewig Zeit Das gibt's doch nicht Bestimmt geht das Level wieder so Ja Okay Okay So runterdrücken Das bringt auch nichts Nein Ah das gibt's doch nicht Ich weiß nicht Muss ich hier irgendwie schwimmen Ne Ah ja Das hat doch funktioniert So Hier mal kurz warten Bis er sich ausspuckt Ja Jetzt ungefähr Einmal Ja da ist aber Ganz schön viel Luft dazwischen Hahaha Gerade sag ich's noch So Schwimm 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 Sag mal Und jetzt Jetzt klappt das gar nicht mehr Oder was Ja Das war schon ganz knapp War schon ganz knapp Ja Okay Komm Nein Ja Das gibt's doch nicht Nein Da ist schon das Timing versaut Moment So Ach komm Alter Ja So So passt's doch Ich denke da kann ich runter Wenn ich Wollen würde Ja Kann ich auch Oh mein Gott Gut Du schaffst das Du schaffst das Du schaffst das Du kriegst das hin Du Kriegst Na Okay Vielleicht hab ich's auch schon verkackt Ich weiß es nicht Na Wenigstens kann ich wieder zurück Moment Ich setz mir hier ein Einser Gut Sag mal Ja Ja und dann hier so Ah Ich könnte noch Ding hier versuchen Moment Nein Wobei das wäre voll der Blödsinn Moment Moment Hier Kann ich ja schon runter Ist auch voll der Schwachsinn Oh Lauf doch zu Bleibt einfach Gnadenlos an der Kante stehen Also noch knapper ist nicht Ja ich brauche wieder kurz ein anderes Timing Moment Nochmal kurz abwarten Also jetzt ungefähr Ja genau Lass ich So fall runter Fall runter Ja fast Jetzt Nein Jetzt Ah Er will einfach nicht Das sah gut aus Das sah richtig gut aus Das sah nicht gut aus Ich sollte auch mal loslaufen Was haltet ihr von der Idee Ja Da hoch Da hoch Da hoch Okay Okay Jetzt muss ich nur noch auf das zweite Fenster warten Na Wobei Da kann ich ja eigentlich auch schon durch Wenn mich mal so ein Geist lassen würde Ah Ganz knapp Ganz knapp Ganz knapp Ja Ja Schwimm nach unten Du Klempner Speck schwimmt nach oben Ich weiß Aber Das kommt jetzt gerade so dermaßen uncool Hör auf damit Mario Das wird wieder so ein knapper Act Ich Ich fühl's Ich hab's im Urin Freunde Das wird wieder so ein Millimeter Ding Wo dann Glück über alles entscheidet Ne Ich hab auch gar keinen Plan Wie ich da durchkommen soll Oder Klappt das So rum besser Das könnte natürlich auch sein Dass es so rum besser klappt Und so ist es auch Jetzt muss ich warten Bis sich da wieder die Lücke öffnet Dass ich da durch kann Genau Jetzt ungefähr Und Drei Zwei Eins Torpedo Action Ja Gut Hier tauchen die wahrscheinlich wieder Nein Fishing Boo Oh was willst denn du hier Nur weil's ein Geisterlevel ist Musst du hier wieder mitmischen Oder was Oh nö Oh Oh nö Boah hau bloß ab Hau bloß ab Lass mich in Ruhe Ich hab schon im letzten Part Genau So Ähm Ach du Heiliger Ach du Heiliger So da wollen wir mal Ah das sah gar nicht mal so schlecht aus Moment So jetzt muss ich nur an dem Kerl hier vorbeikommen Nein 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 Ja Okay Okay Ich will die Münze noch gar nicht Haut ab Haut einfach alle ab Ah Ja 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Und da Da schnell wieder raus Okay Wenigstens ist das Ding jetzt hier offen Ja So jetzt sagst du gar nichts mehr wollte ich gerade sagen Ja 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 Wow Oh mein lieber Herr Gesangsverein Groß werden Ja Machen wir einfach mal Oh das ist so gemein Das ist so gemein Das ist mal sowas von Pervers Ja so kann ich drunter Was geht ab Was geht ab Okay Moment 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 Schadet der mir da eigentlich Oh wie hat das nochmal Wie ging das nochmal So Moment Moment Wie war das Wie zum Kuckuck war das Kann ich auf dich drauf springen Ne auf ihn selbst nicht Das klappt nicht Ich weiß nicht mal ob er mir Schaden zufügt Ne Er selbst nicht Alles klar War das jetzt falsch Ne Moment Ich hab gar keinen Plan was ich machen soll Also ich glaub die müssen in die andere Richtung zeigen Nein 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 Moment So bitte einmal kurz zurück Ja Nein Ja So Hör doch mal auf Was ist denn los hier Oh Okay wir speichern einfach mal mittendrin Wird schon schief gehen Okay So Und den Kerl da oben darf ich natürlich nicht töten Sonst ist er beleidigt Na gut Na gut er ist nicht beleidigt Er ist tot Da ist Ein großer Unterschied Nein Aber ich würde trotzdem mal kurz sehen Was passiert Was passiert dann Wenn das Ja dann kann das eigentlich auch gleich nach rechts kicken Das macht gar keinen Unterschied Hab ich so das Gefühl Für mich jetzt Ah da jetzt hoch springen Da einfach einen großen Jump Genau So Komme ich da wieder zurück Ah ganz knapp Ah dann versuchen wir es einfach mal so Genau Nein Okay das war auch knapp So was geht Wir machen das jetzt mal ganz anders Eins speichern Null speichern Wow den brauche ich aber Den brauche ich Hä Moment 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 Warum geht das nicht Warum kann ich da nicht drauf hupfen Doch kann ich Aber Okay dann machen wir es mal so Genau So Ungefähr Also nur dass ich das Prinzip verstanden hab Ja Super danke Komm schon Ja Das Das wäre es doch jetzt gewesen Der kommt aber auch so richtig ungünstig Freunde Der ist so richtig Ja und Was wenn ich den jetzt Als angenommen ich lasse ihn mal vorbei So Da oben taucht ja dann kein neuer Panzer auf Das heißt wenn er weg ist Ist er weg Sehe ich doch richtig oder nicht Wenn der nicht die ganze Zeit verschwinden würde Kriege ich den noch irgendwie Ne Den kriege ich nicht mehr Ich probiere mal was anderes So Eins Ne Bin ich noch nicht ganz zufrieden Nein Auch nicht So erst recht nicht Komm ich da noch ran Einfach mal hinterher Na ich komm gar nicht mal hinterher Das ist ja mal sowas von assi gemacht hier Okay anders Irgendmal kurz laden So Jetzt Muss da ein bisschen früher losspringen Ich weiß auch gar nicht wo ich da auf dem Ding landen soll Ja so wäre doch gar nicht mal so übel Genau Dann kann ich Vielleicht kann ich es auch schaffen Über den drüber zu springen Ja Genau So Okay Über den drüber Klappt schon mal Eins speichern Null speichern So nimm erstmal das Oh Und wir haben natürlich keine Zeit Alles klar So Das muss jetzt erstmal dahin Aua Aua Warum speichere ich da nicht Gerade wenn es interessant wird Speichere ich selbstverständlich nicht So Zack Oh Gerade sage ich es doch Nein So Ein kleiner Jump Na wobei So ein bisschen Genau Ah doch nicht so lang Nein Komm schon Komm schon Spring Anders Mach mal besser Das gibt es doch nicht Und diese Musik Ja Ja Ist mir scheißegal Ist mir scheißegal Ist mir Wobei Moment 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 So Wartet mal kurz Ja super Was mach ich denn da So So wollte ich das nämlich machen Slot 1 Na wobei Hier so Speichern Speichern Mit Anlauf Kann ich da eigentlich nicht von da aus Genau So wollte ich es doch machen So Und jetzt kann ich den mir wiederholen Na ein bisschen Noch später los springen Genau So So nimm das Dann auf Da springen wir sehr ungünstig Habe ich das Gefühl Okay wir wechseln auf 1 zurück Speich Nein 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 Ja okay Da ist mir jetzt tatsächlich egal Wir müssten es irgendwie schaffen Da nach hinten zu kommen Und ich weiß nicht War das echt schlecht Weiß ich gerade gar nicht War das wirklich so schlecht Aua So nochmal kurz warten Jetzt vielleicht schon mal ein bisschen früher mitspringen Ja und wie soll ich wieder Ja und dann kill ich den natürlich Gut das wird schon mal nichts 70 Sekunden noch ungefähr So probieren wir es nochmal Ja super und dann kommt einfach kein Buu den ich da brauchen könnte Lass mal nochmal kurz den Zyklus verstreichen Oh war das jetzt ein Fehler Dass ich meinen Pilz aufgegeben Doch das könnte Das könnte es sein Das könnte es Das ist es auch Komm schon das muss es einfach sein Ja Ja Komm 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 Ja das muss es jetzt einfach sein Das muss es einfach sein Gut Aber ich glaube wir haben es Ja Das wird eine knappe Kiste Das wird eine richtig knappe Kiste Freunde Bam Nein Kurz davor drauf gegangen Nein Ah komm schon Oh das gibt es nicht Das muss wieder so knapp getimt werden alles Kann ich da eigentlich nicht einen höheren Jump machen Indem ich drauf springe Also jetzt ungefähr Gedrückt halten Ja So Na da kommt aber der zweite So aber jetzt So Bist du jetzt fertig Hast du genug Ja Gott sei Dank Und speichern So Die Folge hat jetzt einfach mal krass Überlänge Ist mir auch Wurst jetzt Wenn ich ehrlich sein darf Und was wir in diesem Level erleben Das erfahrt ihr im nächsten Part Bis dann